Der 1. Februar 95 ist den Manic Street Preachers in furchtbarer Erinnerung. An diesen Tag verschwand ihr Frontman Richie James. Bisher konnte nicht geklärt werden, ob er Selbstmord begangen oder sich ins Ausland abgesetzt hat. Richie hat sich umgebracht, er ist tot. Solange mir keiner was Gegenteiliges beweist, ist er noch am Leben. Ich hoffe, dass er glücklich ist, was auch immer er getan haben mag. Ihre in England bereits seit Jahren erfolgreiche Karriere versuchen James, Nicky und Sean nun alleine fortzusetzen. Dennoch gibt es auch auf dem neuen Album Everything Must Go Impulse des ehemaligen Sängers und Texters Richie. Wir sind darauf noch in irgendeiner Form zu viert zu spüren. Den Namen der Band konnten wir nicht ändern, schließlich enthält das Album immer noch Texte von Richie. A Design for Life heißt die aktuelle Single der Manic Street Preachers. Der Song stammt aus der Feder der übrig gebliebenen Bandmitglieder. Er zeigt, dass die drei an ihre früheren Erfolge anknüpfen können. und die drei an ihre früheren Erfolge ist. Und dann werden die dritte Chirpern auf кажetzt, auch ganz so di- und die drei an siebenen Erfolge noch verlassen. Verstattung von denn die dritte Chirpern auf einmal der man die sich nicht optimization machen kann werden. Vielen Dank.